Ich glaube, es ist wichtig, in der EU zu sein und mitreden zu können. Und das zeigen unsere Politiker, die für das kleine Land Europa eine große Anerkennung haben und überall anerkannt werden. Und ich muss dazu sagen, ich bin stolz, dass ich ein Europäer bin und dass wir in der EU sind.